Schauen Sie, durch Ihr Fehlverhalten bei Bundestagswahlen haben wir einen enormen Schuldenberg aufgebaut, weil Sie immer mehr für Ihren eigenen Bauch als den Bauch der potenziellen Kinder haben wollten. Immer schön konsumtive Ausgaben, frei nach SPD, ehrlich, da gibt es nur noch eine Torte, rein damit. Und die anderen, die kommenden Generationen können Torte bezahlen. Exakt so. Mit wie viel Prozent finanzieren wir die deutsche Staatsschuld derzeit? Null Prozent, gut. Mit der durchschnittlichen Laufzeit acht Jahre. Also wenn jetzt die Inflation anzieht, dann ist doch dieser Block von 2,1 Billionen mit null Prozent finanziert, den deflationieren Sie jedes Jahr um zwei Prozent oder zweieinhalb Prozent. Super. Das ist die Chance für die Kinder. Meine Damen und Herren, kaufen Sie Bundesanleihen. Sie sind ja alle Altruisten. Also Sie merken, da geht was. Wenn du den vollständigen Beitrag sehen willst, dann schau einfach auf unseren Kanal. Dein Team von Finanztuck TV.